Kannlo, alles gut. Nur 5 Sekunden haben wir noch. Ja, ich hab einfach aufgelegt. Ich zieh C und werd direkt zu B. Jo, das ist eine gute Taktik. Ja, was, wohin? B. Alle da? Hübe geht danach hoch. Ja, genau. Achtung, Einsatzstil Charlie wurde erobert. Noch keiner. Die gehen wohl hinten bei C. Ja, sind bei C. Einer ist bei C, Minimum. Auf zu A durch. Ich komme zu C. Alpha ist einer. Fieper. Der ist low, der ist low. Der ist im Ganglauf-Tatting. Guck mal. Oh, ich bin weg. Einer Bridge. Ah, der war im Bus. Vom Bus ist einer. Warte vor dir. Wir gehen. Unter der Brücke. Bridge habe ich einen. Ey, der stirbt nicht. Gibt's ja nicht. Achterhundert. Du, die ist noch unter mir. Der hat noch acht gehabt. Weg. Einer lebt. Ich bin ab dem BB. B, auf dem BB. Direkt am Spot ist er. Hinter dem... Es sind zwei jetzt hinterm... Spot. Oh, direkt... Naja, das war... Einer nur noch, nur noch Kita ist da. Dann Busch, um die. Zwei jetzt. Oh, lol, die Scheibe, ey. Zwei, Mann, ne? Oh, Mann, sorry. Oh, voll reingern. Du kriegst einen Hunder da gleich. Ja, ja, ja. Ah, da ist ja noch einer. Oh, ich bin da an. Wipe? Beide sind so gewiped? Habt ihr nicht gesehen? Ne, ne, Basti gibt's noch. Wir haben Wipe bekommen. Ja, sind alle bei wir jetzt. Oben ist schon einer bei C? Ne, ist noch was anderes. Da ist einer auf C. Läuft da durch! Oben auch? Oben ist Natur da, ne? Hat mich. Mein Madpack halt nicht, ey. Das dritte Madpack jetzt wieder. Brücke hab ich. Underbridge ist was? Mann! Hab einen. Okay. Zwei leben. Gepuscht. Einer steht beim Sniperraum. Ja. Oh, hinter uns im Büro. Mann! Weiß ich's nicht. Denn bei B jetzt, mindestens zwei Leute. Oh, danke. Hab dich. Ich schalte den Bastard aus! Der steht schon einer. Sag an, sag an, sag an! Wo steht der? Der kommt zu euch! Pieper! Ich kämp' den. Kink, knapp nicht bei B. Kink, knapp nicht bei B. P-P-Richter. Hintenrum Alpha. Außen A, A lang. Ah, im B. Bei B. Tüte. Ich weiß nicht wo. Der muss ja bei mir sein. Er ist down. Zweigen zwei. Ah, ist einer. Ah, noch einer bei mir! Scheiße! Der letzte zieht! Der letzte zieht! Der letzte zieht! Wo seid denn hier? Der Tod? Warte mal! Hey, geht nicht schneller! Na gut, dann zieh ich! Rade kommt schon! Der ist schon da! Oh, lol! Ja, andere Seite auch, Tüte! Unter, unten! C unten! Pappen! Underbridge, der letzte! Kink, kein letzter! Oh, nein! Der hat alle drei! What? Renn weiter! Ich zieh! Renn weiter! Tüte hat mich! Oh! Der kommt vom Pieper! Der ist jetzt genau an der Fahne! Ah! Mach mal random! Digga, Zeit random! Ich spawren, wo einer bei C ist! Alter, zweimal rot! Hab einen bei C! Alpha, immer noch! Macht Alpha! Boah, hinter ist immer noch im Kopierraum! Immer noch! Zwei da, Vorsicht! Ja, ich bin... Muss erstmal C ziehen, bevor ich weitermache! Äh... Schock runter! Oh, der ist hier schon bei mir! Hab ich! Sehr gut! Ab nach B, Leute! Boah, ich bin ja alleine! Ich bin immer am Vorwärtschen! Ich weiß es nicht! Oh, Heater an den Kiebern! Ah! Ja! Ja, danke! Alter! Hä, wieso hast du nicht überlebt? Direkt ein Heli gekriegt! Ich wurde belebt! Vorm Gegner! Ich konnte nicht mal einer einen Schuss abgeben! Da war gar kein Gegner! Doch! Okay! Boah, Alter, man! Du kannst hier nichts vorne holen! So, so! Also, die spielen eine andere Taktik! Ich versuche wirklich alle drei Flaggen zu pushen! Ja, funktioniert auch! Und? Sag an! Sag an! Hab den bei dir bei B da! Ja, ja! Hab ich! Dann pushen! Jetzt ist einer! Kopierraum! Sebastian! Pushen! Hab ihn! Aber da war kein Y! Die müssen C-Swanchen haben! Ja! Da fängt er wieder auf die Beine! Kanzler! Da kommt sie! Überau mal! Geht mir das Mauben! Oh, lol! Er wusste! Peter links! Bei B! Noch einer! Kingpin Letzer! Vielleicht zu zweit! Schön! Da war zwei! Da war ein Spawn! 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 Direkt an der Flagge bei C! Es sind zwei jetzt! Vorsicht! Halt dich zurück! Ich warte aufs IP! Einen hab ich! C! Äh! Alpha geht! Ja, dann müssen wir jetzt C pushen! Ich pushe C! Der down ist! Och Mann! Weg hinter dir! Pass aufheben! Oh, hat mich! Basti! Ja, ja! Hast du den? Mhm! Wir haben den Kontrollen über Einsatztziel Alpha! Einfach rauf da! Ich kann uns doch nicht drücken! Aber hier ist einer! No, passt hier oben drücken gleich! Hinter mir! Ja! Einsatztziel Bravo wurde neutralisiert! Ja, dann bist du alleine! Das war's! Der ist einfach verschwunden! Und... Stopp! Stopp! Come on! Ich geh weiter! Oder? Ja, das war sie! Ich weiß egal! Das war nicht mehr! Ja! Ja! Ich halte die Push-Taktik auf dieser Karte für besser! Wenn man denn Leute runterkriegt! Naja! Genau! Und das schaffen wir nicht gegen Kingpin und Tüte! Ja! Ja!